Ja, heute geht es um sichere Passwörter. Ich habe jetzt hier mal von chip.de eine Liste gefunden, die häufigsten verwendeten Passwörter, die aber nicht sicher sind. Also das erste, auf Platz 1 steht hier schon mal Passwort, dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind natürlich alles Passwörter, die man eigentlich leicht herausfinden kann. Zusätzlich gibt es Programme, die Passwörter bei E-Mail-Konten zum Beispiel durchprobieren, bis sie dann auf irgendein Passwort gestoßen sind, das dann passt, wo man dann in diesen Account reinkommt. Nicht nur E-Mail-Konten, auch wenn es um Online-Banking geht oder andere Konten können da so geknackt werden. Also einfach merken, sämtliche Wörter in einem Wörterbuch vorkommend nicht verwenden und dann auch solche Sachen nicht. Hier sind hauptsächlich ja auch Wörter vom Wörterbuch drin, aber dann hauptsächlich auch hier Zahlenkolonnen oder wo haben wir es denn? Das steht jetzt hier nicht drauf. Hier noch schlimmer, lauter gleiche Ziffern oder hier, das habe ich gesucht, Querti, also praktisch die Buchstaben der oberen Buchstabentastenreihe, wobei das jetzt hier sich um die amerikanische Tastatur handelt. Bei uns würde es dann Quertz heißen. Ja, wenn man wissen möchte, ob das eigene verwendete Passwort sicher ist, dann gibt es hier eine Seite, wie sicher ist mein Passwort.de. Hier können wir mal probieren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 zu geben. Informationsdichte wird hier mit 1 angegeben und die benötigte Zeit, dieses Passwort zu knacken wird mit 0 Sekunden hier angegeben. Jetzt probiere ich einfach mal aus, wenn ich hier ein Nummernzeichen habe, das macht dann auch nicht viel her. Ich setze mal am Anfang eins her. Das ist also eigentlich auch schwer zu knacken. Ich setze hier mal noch ein paar Buchstaben in die Mitte und jetzt sieht man schon, das hat die Passwortstärke, die Sicherheit von diesem Passwort schon erheblich verstärkt. Ja, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, sichere Passwörter zu finden? Das ist natürlich hier auch sehr schwer zu merken. Aufschreiben sollte man die Passwörter ja auch nicht. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine davon sind sogenannte Code-Karten. Also hier funktioniert das bei dieser Querti-Kart so. Im ersten Schritt, das ist praktisch dieser Code, der hier aufgedruckt ist. Im zweiten Schritt hat man praktisch ein eigenes, geheimes Passwort. Das kann man dann vielleicht für jeden Account auch wiederverwenden. Plus diesen hier. Und als letzte Komponente, dafür braucht man dann hier dieses Feld, ist es so gedacht, dass man also schaut, für was ist denn dieses Passwort gedacht. Also hier in dem Fall, als in diesem Beispiel Amazon. Und dann schaut man hier durch. Amazon hat man hier schon mal bei A den Punkt. Dann braucht man das M. Da haben wir ein U. Dann wieder den Punkt und immer so weiter, bis man das Wort Amazon durch diese Gegenüberstellung zusammensetzen kann. Und hier hat man dann Punkt U. RQF, was dann hier übersetzt auf dieser Karte Amazon heißt. Ist eine nette Idee. Man kann es im Geldbeutel immer mit sich tragen. Und so kann man sich eigentlich ein ziemlich langes Passwort für alle möglichen Seiten gut merken. Dann gibt es sogenannte Passwortgeneratoren. Man kann jetzt hier zum Beispiel mal sagen, okay, ich brauche jetzt eine Passwortlänge von 10. Es sollen hier sämtliche Sonderzeichen, Kleinbuchstaben, Zahlen, Großbuchstaben enthalten sein. Und wenn man sagt, okay, ich möchte mir das auch noch einfach merken können, mache ich hier auch noch einen Haken hin. Mal schauen, was er da draus macht. Naja, gut, da kommt dann sowas raus. Das testen wir gleich mal. Naja, zumindest stehen hier schon mal drei Monate. So, dann gibt es noch andere Passwortgeneratoren. Die sind im Prinzip alle irgendwo gleich aufgebaut. Also hier mischen. Wichtig ist immer, am besten Kleinbuchstaben, Großbuchstaben in Verbindung mit Zahlen und Sonderzeichen verwenden. Es gibt auch Accounts, die Sonderzeichen nicht zulassen oder nur bestimmte Sonderzeichen. Da muss man halt dann entsprechend schauen, welches Passwort dann entsprechend passt. Vielleicht eine Sache noch, wenn man jetzt ein Smartphone benutzt, hier kann man auch bei so Swipe-Gesten, wenn man das Smartphone entsperrt, nachvollziehen vom Finger dieser Verschmierung auf dem Glas, wie denn diese Symbolik hier ist. Und damit könnte man eigentlich auch sehr leicht ein Smartphone entsperren. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, ich habe jetzt hier mal einen Beispielsatz, das ist das Haus vom Nikolaus. Das wird natürlich nicht das Passwort, aber man könnte also hergehen und sagen, okay, ich nehme von diesem Satz immer die Anfangsbuchstaben und zwar auch in Verbindung mit der Groß- und Kleinschreibung. Dann könnte ich auch hergehen und sagen, nach jedem Buchstaben mache ich eine Ziffer rein, und zwar aufsteigend. Und dann könnte ich noch hier entsprechend mit einem Sonderzeichen arbeiten. Dann machen wir mal das Nummernzeichen vorne und hinten hin. Und dann testen wir dieses Passwort gleich mal, ob das überhaupt so sicher ist. Gut, das dauert dann ein paar Jahrhunderte, bis das geknackt ist. Also hier wäre eine gute Möglichkeit, wie man hier Passwörter generieren kann, das auch nachvollziehbar ist. Den Satz hier vielleicht nicht mehr verwenden oder dieses Passwort, dass er jetzt eigentlich öffentlich ist. Aber vielleicht gibt es einen anderen Satz, der dir im Kopf rumschwirrt und den man dann entsprechend so aufgliedern kann, in Verbindung mit Ziffern und auch mit Sonderzeichen. Okay.